Und damit herzlich willkommen zurück zu der Division 2 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Wir sind immer noch am Level und Questen, Level 22. Und... Ihr habt das Gewächshaus immer noch nicht eingenommen? Wieso nicht? Die Leute da sind bewaffnet. Ihr doch auch! Stürmt einfach rein und bringt es hinter euch! Okay, okay... Outcasts haben das Gewächshaus an der Constitution Avenue Northwest gestürmt. Die zivile Miliz ist in der Unterzahl und braucht dringend Hilfe. Gut, wir sollen ein paar Veganer retten. Okay, der Witz war flach, ich weiß. Machen wir. Wo? Hier? Das ist ein Hotel. Glaube ich. Ähm... Ich bin falsch, ich weiß, aber wir gucken trotzdem mal ehe. So. Die Zivilisten lokalisieren. 20 Meter, 80 Meter. Ihr seid die Zivilisten. Hey Moment, Sie sind von der Division. Ja. Outcasts haben unser Gewächshaus überrannt und das Bewässerungssystem lahmgelegt. Können Sie uns helfen? Ja. Tun Sie, was Sie können, um Ihnen zu helfen. Die Musik macht mich jetzt nervös. Okay. Okay. Ich will nicht. Aha. Bleibt gesessen. Nein. Boah, ich habe die TPI an meiner Maus. Die habe ich jetzt so weit runtergesetzt. Und trotzdem zittert er wie so ein junger Hund. Wo seid ihr? Das ist ein beliebiger. Ja. Ich habe immer noch nicht so die perfekte Waffe für mich gefunden. Ups. Da hat sogar keinen Schaden. Ja, genau. Die ist ja so kacke. Ich habe jetzt alles andere gelöscht. Ich Idiot. Wird schon was droppen. Lass es mal so kommen. Bewässerungssystem analysiert. Defekt erkannt. Reparieren Sie das Bewässerungssystem. Sonst hat dieses Gewächshaus ausgedient. Jawohl, Chef. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Bewässerungssystem beschädigt. Vielleicht muss das Bewässerungssystem neu kalibriert werden. Ja, das muss es ganz bestimmt. Hätte ich ja auch vorher sagen können, dass man da kalibrieren muss. Das ist kein gutes Seilchen. Beine. Beine. Ja, hast du. Komm du. Danke. Oh, da kommt noch mehr. Oder war der die ganze Zeit da? Wer tot findet jeden? Soweit so gut. So. Soweit so gut. Was? Freunde? Und die. Und die. Aha. Hat einen erwischt. Na? Tut's weh, Agent? Oh, der pusht. Lass mich nachladen. Sicher doch. Kacke. So, kacke. Okay. So, kacke. Ja, das stimmt. Jo. Ne, komm du. Weil ich habe mir vorgenommen, mal so fünf Folgen lang am Stück nicht zu sterben. Oh, ich glaube, das hat ja gar nicht geklappt. Ich glaube, letzte Folge sind wir ja schon mal gestorben, ne? Ne, da sind wir wieder aufgestanden, genau. Das war's. Da sind wir wiederbelebt worden. Das zählt also nicht. So, vielleicht hat er ja eine Wumme fallen lassen. Ja, aber nicht das, was wir brauchen. Wässerungssystem beschädigt. Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß nicht. Oh. Wie bitte to me? Ich habe einen Pumpkin. Bam, 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 bam. Keiner da. Auch nicht. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Ich komme jetzt garantiert durch die Tür da. Überdruck ablassen. Das sagst du mir? Ich bin Single. Wenn einer weiß, wie ab geht, ich. Und jetzt von hinten, oder was? Davon hab ich noch mehr auf. Brennt die Seuche aus. Hier ist nieder! Ah, teu việc. Lass mich nachladen, dann kannst du hochkommen. Da, da. Okay. Kreisch. Oh je. Nein, 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 nein. Muss doch nicht sein. Warum läuft der auch noch? Äh, ja, 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 alles gut, Freund der Sonne. Geh da rein. Wo ist er? Komm, der hat er gesessen. So eine KI liebe ich. Oh Gott. Nicht bewegen. Bleib da stehen, bleib da stehen. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Penetrier dich ein bisschen, dann kannst du da. Boah, rehtat? Wir sind hoch. Ne, wir sind runter. wir kriegen eine truhe, vielleicht kriegen wir eine finanzielle Wurmer und das Bewässerungssystem wieder funktioniert, sollten die Leute hier wieder alleine klarkommen. Okay. Äh, ja. So, mal eben lunschen. Ja, soweit nicht. Soweit nicht. Okay. Das können wir anziehen. Die können wir anziehen. Ich geh immer nur nach dem Rüstungswert, solange wir jetzt leveln. Werte sind mir da peripher erstmal egal. Da. Ja, bitte. Eine Wumme. Ja. Ja gut, komm. Das nützt ja nix. Das nützt ja nix. Kann man die nicht modden? Nur this one? Warte. Hat er? Hat er die jetzt? Anlegen. Das haben wir, das haben wir. Nur die zwei Sachen? Achso, hier kann man noch... Äh, äh, äh. Britische Reichweite oder Präzision? Präzision, oder? Gut, dann schauen wir mal. Was die Prinzessin so kann, hat er die jetzt nicht angelegt? Doch, oder? Doch, hat er. Gut. Einsatzgebiet verlassen. Gut. Sonst ist ja auch nix mehr zu holen, ne? Gott. Äh, hier war's. Glaub ich. Wo war's hier? Da geht's raus. Können wir denen da draußen jetzt noch Bescheid geben, oder? Keine Ahnung. So, nächstes Ziel. Was haben wir denn hier? Einsatzgeber. Okay. Einsatzgeber. Dann gehen wir mal da hin. Ach, sieben Level. Sollte aber eigentlich jetzt recht fix gehen. Ja, Propaganda kann man auch machen. Müssen wir auch machen. Einsatzgeber. Wo ist er denn? Okay. Ach, der ist bestimmt hier unter der, unter dem Untergrund, oder? Aber ist das jetzt nicht der Untergrund, wo wir... Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wichtiger Gegenstand entdeckt. Wo? Hier waren wir noch nicht. Okay. Hast du einen wichtigen Gegenstand bei dir? Agent, vielleicht können Sie uns helfen. Wir haben kürzlich eine Übertragung vom Navy-Hill-Empfang. Es klingt wie ein Morse-Code, aber wir werden einfach nicht schlau daraus. Es muss sich um eine spezielle Verschlüsselung handeln. Ich habe früher gerne kurz geknackt, aber das hier macht mich wahnsinnig. Okay. Wird erledigt. Was ist hier unten denn sonst? Ne, ne? Hier ist zu. Hier ist auch zu. Okay. Spezieller Gegenstand. Wo sollen der sein? Auf jeden Fall oben. Okay. Oh. Oh. Farbliche Übertragung empfangen. Ja, ja. Aber ist das hier eine Mission? Kann das sein? Wir haben eine letzte Aufgabe bevor dieser Dienst aufgehöst wird. Wir richten... Ja, ich glaube das wird dann innerhalb der Mission sein. Wir gucken wir eben in dem Shade Tech noch schnell und dann machen wir diese Mission in der nächsten Folge. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Terroristen-Button. Du hörst mich ja. Ja, passt du mal auf. Sehr verwinkelt hier. Feindlicher Nachschuhkonvoi in der Nähe. Oh. 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 Ist mir schnell. Ist mir feindlich schön. Oh man. Wir haben ja in der letzten Folge mal echt guten Loot gekriegt. Deswegen täte ich euch jetzt doch schon schnell mal reizen. Nur um zu gucken ob wir das schaffen. Und Kirst. Da sind sie. Wir haben ja auch schon. Wir haben ja noch nur ein paar�. Oh. 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 Nein! Lass mich auch nachladen. Wie viele Medifacts hast du, Agent? Aua. Ja, ja. Nein! 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 Ich muss mir abgewöhnen bei den dicken Wurmen immer noch so schnell nachzulangen. Den brauchst du ja gar nicht. Schnell gepanzerter Feind erkannt. Okay. Registrierer zusätzliche Feindkontakte. Agent aus dem Gesicht. Macht ihr hier mal Jax? Nein! Nein! Lebensfunktionen kritisch. Ach. Ach. Komm. Dürfen wir? Zwei Schicksal. Ach. Zwei Schicksal. Oah. Weitere. Sturmzulter. Killer hat 31.000 Schalten. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.